Willkommen zurück zu Let's Play WoW bei BörgerNLP. Ja, das Abenteuer geht weiter. Wir sind ja gemeint. Und es geht los. Glück gehabt Manni. Braucht ihr meine Weisterschaftsmuckstück? Ja, ich nehme schon. Benutzen? Ja, juckt mir nicht. So. Das Portal sieht auch neu aus, ne? Das ist neu. Ist mit Verroll gewaschen. Ne, schaut jetzt besser aus, finde ich. Das hat auch mal ne Überholung gebraucht. Ja, das HD-Modell. Manni, hast du den Port gekriegt? Jo. Ja, ziemlich doppelt und dreifach gepordet. Danke. Manni muss auch noch hier alles annehmen, ne? Abgeben hier. Das machen wir jetzt immer. Na Manni, wie der hinten da ist, Portnert einfach hier. Ich hab jetzt hier zwei Stück angenommen, ne? Dann können wir Metze, ey. Ich brauche ein Ziel. Da ist ein Ding, da ist ein Alarm, ob er da oben ist. Ja, aber wir sind grad nicht oben. Manni, der ist Ra-Mob geil. Ja, das gibt Arzareth. Es geht hier um Arzareth. Verstehst? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist auch wieder der gleiche Mist wie diese Artefaktwaffe. Ich dachte, sie nehmen das mal raus, ey. Oh nein, scheiße. Thorsten? Bist du runtergefallen? Ich hab wieder auf so'n kleinen Vogeltotem geklickt und flieg jetzt wohin. Wohin fliegst du denn? Wohin? Weiß ich doch noch nicht. Ich habe kein Ziel. Ich hoffe nur, es gibt einen Rückwärtsvogel. Ein Rückwärtsvogel? Sonst porten wir dich. Ja, es gibt einen Rückwärtsvogel. Die Loa sehen alles. Ich spiel jetzt doch keinen Hexenmeister mehr. So, dann werden wir mal die Aufgabe machen. Wollt ihr was? Richtet dem Thron meine Grüße aus. Der Rückwärtsvogel, ja. Da rennt der Manni wieder an. Gleich Hälfte. Der grüne Patzenberg flogen kommt. Das müssen wir die jetzt eigentlich machen. Die schaust nicht irgendwo unter Not, oder ne? Also hier ist noch so'n Typ, den was ansprechen soll. Ja, wir müssen gleich noch mal zurückbreiten. Auch da ein paar ansprechen. Hier sind diese komischen Viecher überall. Ich kille aber die Dinger da. Die zählen ja für euch auch, oder? Ja. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Wir machen gerade die Aufgabe hier unten, ne? Ach so, dann komme ich mal zu euch dahin. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Soll ich jetzt hin? Ich brauche ein Ziel. Ich brauche was zum Spielen mit. So, schön immer alles looten. So, die schwirmen wir was. Sehr schön. Das kriegt auch jeder. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hier müsse unten nur was reinschmeißen. Und guck mal, diese Viecher gibt es auch als Wildtiere zu sehen. Die kann ich zählen, diese hässlichen Dinger? Ja. Wenn es ein Wildtiere ist, klar. Oh Gott. Geil. Ich kann ja auch jetzt ein Hörner zählen, ne? Gubbel, gubbel. Äh, ich muss da irgendwas anquatschen oben. Manni, komm doch einfach mal mit uns mit. Manni, du machst den ganzen Flow kaputt. Ja, dann spann ich mich raus. Weil wir machen die Quest gleich nochmal, wenn sie dann anfängt. Ich brauche ein Ziel. Was denn, Manni? Der ist in die ganz andere Richtung gelaufen. Immer weiter. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe hier alle Quests angenommen. Ja. Aber hier gab es halt noch eine dritte Quest. Das ist zu weit entfernt. Wurde zwar von den Mitspielern nicht gut kommuniziert, aber... Aber irgendwie haben wir sie angenommen. 111. Sehr gut. Danke. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hast du fertig hier, Manni? Ach du. Landing autographie hat Fa Kombatла. Ach du. Ach du... Winde geduld durch. 111. Ja, ich habe nicht. Ja. dann wollen wir die aufgabe mal abgeben erledigt das finde ich so sehr sehr sozial sogar alle hat er fertig gemacht für uns nur die ansprechen war offen und oben ist wie kommt man da hoch aber wo seid ihr denn der furcht sucht zu strafaktionen talaman jünger der armani sind so ach so das ist ein innenhof da andersrum so wie es aussieht hier hoch und dann hast du hier drei quests zur auswahl gehen wir erstmal rechts wir können ja hier dann gleich mit töten auch scheiße ich muss zuerst etwas anvisieren wir mussten töten ich brauche ein ziel da geht es anscheinend auch zu den rammen haben und köpfe müssen wir einsammeln ne wir sollten mal nicht teleportieren bevor wir den arm out machen wir auch ich habe jetzt so viele quests angenommen ich weiß nicht was ihr treibt drei quests hast du musst bleibe ich da haben ich habe kein ziel ja warte dann schnell ich hab viele viele mehr eine kann ich jetzt abgeben sehr lustig ja ich brauche ein ziel strafaktion habe ich noch offen so noch porten wir mal den manni nochmal schnell der hat auch unsere quest gar nicht er muss erst seine da fertig abschließen was ist er denn du hast ja die quest hier hat er nicht warte doch mal ich habe jetzt um den ram up gehirat ich muss zuerst etwas anvisieren ich muss zuerst etwas anvisieren ich muss zuerst etwas anvisieren ich muss das doch nichts hier sind ein paar quests zu erledigen ja und eine neue aufgabe ach guck mal an kennt ihr die noch ich muss näher heran kennt ihr die nummer voran die zu laman naja sind aber auch anscheinend nicht besser geworden habe kein ziel ich brauche ein ziel ach anscheinend kann ich ein neues pvp talent auswählen was ich aber nicht machen möchte aber das ding nervt halt immer die bemerkung und ich krieg's doch nicht weg jedes mal wenn ich weg krieg kommt sie sofort wieder ich habe kein ziel der war ätzend der boss mit seinen vögeln und winden ich brauche ein ziel habt ihr aufgabe erledigt hier aber hier wo sind denn die anderen die sind irgendwo unten zum annehmen ich meine es haben so pfeile nach unten hat die denn einen rahmen option oder gehen wir mal versuchen die quests zu suchen ich gebe die jetzt erst mal ab graf aktion immer noch wo seid ihr hin da oben ne abschreckung köpfe muss ich noch holen köpfe ich muss zuerst etwas anvisieren hier gibt es die sumpfköpfe hier gab es mal sumpfköpfe jedoch in den gebäuden er schießt einfach mal so ein über dem haben ein ball dahin das ist noch so ein bisschen von sex ich hab den sechsten martin hat mani habe ich sechs köpfe jetzt fehlen noch armani köpfe mir fehlt hier noch kopf pass mal auf wenn wir die strada köpfe suchen ich habe alle köpfe hier zusammen es wird nur hier fehlt noch eine axtwerfer der sandwöder axtwerfer habe ich gefunden ach so wo brauchst du noch so viel sandala ist immer da so was können wir denn mal mit was am meisten guld bringt ich habe keine zeit für dummester quatsch denk dran ich habe armani köpfe habe ich noch null von sex die waren da wo wir vorhin waren die waren da wo wir dich nach teleportiert hatten nix womit wir den könig belästigen müssen danach geht es wieder ab zum king gell er wird wissen ob das oder weil ich den im innenhof die quests auch angehe ach da die krieger leute leute ja können wir auch machen naja aber jetzt geht es dann zum könig ich schaue mal was der sagt ich komme euch mal helfen ich muss zuerst etwas anvisieren das war es noch ein wer ich will ihn kann man den zähmen ist das ein wildtier ist ein wildtier ne aber das wäre dann nur ein dd tank das kann man gar nicht mehr doch du kannst jedes in zwei dds und ein tank so die köpfe habe ich jetzt fertig gut dann geben wir mal auf so und ich bin auf dem weg zum könig und kann euch gleich mehr nennen ja macht mal zu schnell ich habe ja noch so viele quests strafensträuche aufgehalten und bla bla blub und alles das nix ich bin ja gar nicht angenommen da unten nee weil wir ja gesagt haben eigentlich wir machen erst mal die hauptquests einen kleinen topelquests die nee oder was gibt es denn da umhang 2014 alter schwede und was ist da den umhang kann ich verbrauchen wie gehen wir zum flugbuch und siegen einfach hin aber hier gibt es einen flugpunkt den wir nehmen können ja der flugpunkt da unten naja hier oben man sagt der könig schenkt euch gehör man sagt der könig schenkt uns gehör na klar wo zeigen jetzt da hin die stimme der horde flugpunkt und dann die haben doch diesen komischen wir haben doch den nee nee den flugpunkt habt ihr auch okay das ist ein richtiger flugpunkt wir haben aber diese kleinen geisttotems die rumstehen wenn man so aus versehen anklickt dann gucken wir mal was der könig von uns möchte was uns für eine neue aufgabe geht und da ist der pflege ja das sieht echt auch geil aus hafen in not da sollen wir die tasche mal wieder ausleeren habt ihr die überhaupt schon vollgekriegt dem ganzen scheiß mein könig ihr seid in großer gefahr sie sind fast beim kriegshafen der rastari so da wollte vorhin jemandes meisterschaft so langs noch geht hier und die stimme der horde sichert den krieg heute wird nicht der letzte tag meiner herrschaft sein ihr steht vor das geile ist kaum sind wir in diesem land herrscht ja auch totales chaos ja das folgt uns schließlich das ist jetzt ganz schlecht so dann werden wir mal gucken hier unten können wir gleich noch eine aufgabe annehmen wer ist denn euer loa hoffe wir haben unsere verbündeten weise gewählt da geht es weiter auch in den tod wir essen wir wissen dahin geflogen martin wie bist du denn da hinten hingeflogen bist du gar nicht das ist hier unser hexer vom flugpunkt aus was der flugpunkt und sagt redet mich bloß was wollt ihr von den salari wir wüssten hingekommen wer ich ja mein goblink leider ach so cheater ja das finde ich in unserer stadt gibt es hier in den dingen eigentlich auch ein gasthaus wo ich mich mal jetzt abstellen kann dass ich schlafen gehen kann ich bin auch das in der mitte genau das zählt als gasthaus okay wenn wir hier mal den heimat dings hin machen wie kommt man denn sonst hierhin da wird sich hier ein ruhestand hergelegt wir wissen genau so viel wie du ich hatte man hier schon ein bisschen mehr was vorher erforscht wo seid ihr hin zum hafen oder was so einem nächsten quest der hafen in not aber ich sag euch jetzt erstmal auf wiedersehen ich muss morgen wahrscheinlich arbeiten also hundertprozentig ich danke euch fürs dass ihr mich mitgenommen hat und ich muss auch noch den anderen auf wiedersehen sagen also wir sehen uns vielleicht morgen morgen abend vielleicht weiß ich noch nicht und macht nicht mehr so lange okay dann viel spaß mani und martin wir sehen uns ich bin gerade mit dem goppelgleiter mitten im baum hängen geblieben ihr seid alle cheater so aber ich danke euch fürs zuschauen von einem special zu bfa wo es online kam auch mein koppelgleiter zu schauen und wir sehen uns bei der nächsten folge bei let's play wo w tagari level 110 bis 120 auf wiedersehen tschüss so 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 Vielen Dank.